Eine Minute Zeit und los! Sohli miteinander, liebe Kinder. Habt ihr gerne Fleisch? Ja! Habt ihr gerne Fleisch? Ja! Ich bin gerade etwas irritiert, wie vorhin so ein Hooligan-Huhn vorne durchgelaufen. Ich dachte, du, hör mal, Sohli, wäre das auch etwas für dich? Warum sagst du nichts? Sohli hat das Mikrofon nicht offen. Okay. Sohli miteinander. Sohli miteinander. Sohli miteinander. Sohli miteinander. Also, liebe Kinder, hör zu. Wenn sie euch in der Krippe sagen, sie sollen nicht Fleisch essen, dann sagen sie, ihr will Fleisch essen. Ja, da bist du gerade der Richtige. Hör jetzt, willst du auch gerne mal die Gross in deine Steine von der Fleischsäule eingehen? So wie all deine Verwandten? Oh ja, das wäre lieb. Wenn du halt nur die M-X-Seite, sieg nur guter, ich gerade. Sohli. Sohli. Alle droit.